Alles klar, der Verdi nimmt Fuse und wir spielen heute Hostage in Ibiza. Ja, der letzte Runde ist gut gelaufen. Wir sind wieder im selben Team unterwegs. Verdi, Gigant, Dennis und ich und noch ein Random. Ich weiß nicht, wer da dabei ist. Der Pole ist auch wieder am Start. Wunderbar. So muss es sein. Das kann ja nur gut werden. Ist das jetzt ein Zufall oder ist er einfach in der Lobby geblieben? Ja, es kann auch sein, dass er im Trennen geblieben ist. Darlin vom Gulag. Aber das freut einen natürlich doppelt. Der Super Yoda ist am Jobbuster dabei. Der Yoda immer, der hat vier Laserschwerter, Alter. Einmal am Fuß und zwei Hild am Kopf. Da wackelt alles, ja. Der Disco. Disco Yoda ist das. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, Leute. Dann setzen wir mal direkt die Erfolgsserie fort. Hoffentlich, Emma. Der grüne Flummi ist auch dabei. Wer ist der grüne Flummi? Der Yoda. So, der Disco Yoda. Disco Yoda. Geil, es gibt ja den Yoda, da haben sie sogar ein Battle von 2 eingebaut. Da gibt es die Szene, da fliegt ein Raumschiff, Alter. Da habe ich mir auch gedacht, okay, Leute, komm. Kann er? Kann er. Ja, der braucht so einen Kindersitz noch dazu, damit er an die Hebe kommt. Genau, sitzt da so ein Maxi-Cosi da drin, weißt du? Stell dir mal vor. Falsches Raumschiff ausgesucht, du hast. Zu groß es ist. Oh, schön. Nice, Mann. Aber Yoda würde es sogar schaffen mit einem Tie Fighter, ne, warte mal, mit einem X-Wing hier einen Sternzerstörer zu. Ja, man, Yoda kann alles, weißt du? Der kann damit, der macht, der macht dann einfach, BÄM, Alter, und er ist kaputt. Er sagt sich, du gehst kaputt. Jonge, du gehst kaputt. Ich habe mir einen Roman, da gibt es ja so eine Roman-Trilogie mit Darth, äh, Bane. Darth Bang, Alter. Bane, nicht Bane. Bane. Wahrscheinlich hat er das auch gemacht. Darth Bang, Alter. Ja, der redet Pornos oder was? Und, äh, ich weiß nicht, kennt ihr Episode 1, wo Yoda zu Samuel L. Jackson sagt, immer zwei es sind? Weißt du was, Schüler? Müssen wir rausfinden. Genau, das hat Darth Vader ihn erfunden. Geile. Ich hab, äh, bei Episode 1 hab ich mich erst nur viermal übergeben während des Films, deswegen... Nur viermal? Dann geht's noch, meinst du. Zum Ende dann nicht mehr. Junge, der Film ist... Nachdem der Junge mit seinem Zopf da saß. Junge, der Star Wars Episode 1 bis 3. Wobei, 3 ist noch so, okay... 1 und 2, boah... 1 und 2 waren irgendwie, keine Ahnung, mau. Ey, nix gegen Jar Jar Binks, man. Mau, Alter, ist untertrieben, Junge. Das ist, äh, voll da hoch. Multanamo, Alter, sagst du, ganz ehrlich, ey. Oh, lieber nicht, ey. Es geht. Es geht. Nee, ich find, Episode 1 bis 3, ich kann mir das nicht angucken. Wenn du so, Episode 4, 5 und 6 guckst mit Han Solo und Luke Skywalker... Der Hans, Alter. Der Hans, 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 ne, Solo. Was, wo, 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 wo? Der Hans Solo, ne? Oh mein Gott. Oh, einer draußen, alles klar. Was hast du denn gemacht, Gigant? Mit der Kontaktgranate, da ist auch ne Kunst, ne? Wie hast du das... Leg dich... Die legt sich halt echt nicht hin. Ist unglaublich. Ich geh kaputt. Nee, Gigant, hast du dich gerade mit der Kontaktgranate selber getötet? Nein. Ich lag auf dem Boden. Der hat, äh, ein Spawn gekillt. Ich lag auf dem Boden. Und dann hat er die Kontaktgranate auf mich gebrochen. Hast du jetzt echt gefragt, ob er sich selber mit einer Kontaktgranate umgebracht hat? Das geht mir auch gar nicht. Als Angreifer? Weiß ich auch nicht. Echt jetzt? Hab ich gewonnen. Nice, Dennis, super. Ja, das war der. Super, Dennis, auf geht's, komm. Auf geht's, let's go. Jo. Jo, die sind VIP. Wo ist VIP? Genau da guckst du nach links ist VIP. Ja, ja. Links, weiter links ist VIP. Ja, ich guck noch, ob eh ein Harry hier sitzt. Das ist Pool. Das ist Pool. Da ist keiner mehr. Wenn, dann drohst du. Dann ist ein Einwand, Verdi. Da hast du einen guten Punkt. Aber ich bin gerade zu faul. Ja, und hier links. Links sind sie drin. Links ist Jäger. Hier? Kannst du auch aufbreachen, genau. Das ist eine geile Idee. Und Vorsicht, genau. Schön weg von der Tür. Richtig. Und jetzt aimst du es einfach nur auf. Schönes Ding. Schön gemacht. Lass ihn rein pieken. Genau. Wenn er stirbt, weißt du, wo du hin zu schießen hast. Ganz einfach. Go inside, man. Geht aber weg. Okay. Jäger ist auch raus. Wir haben Ella raus. Und unten scheint auch keiner mehr zu sich zu bewegen. So, ich glaub hier unten ist bei mir noch einer. Oh, lol. Hab ich mir gesessen. Die Teile sind so nervig. Sehr schön hinter dir. Ost Pool, Kamera. Da ist er. Wow. Wow. Wow, Alter. Hast du das? Da hast du ihm ins Gesicht gedrückt. Junge, aber die letzte Kugel. Die letzte Kugel. Die letzte Kugel. Okay, auf euch. Oh, sorry. Die letzte Kugel. Okay. Zurück bleiben. Sehr gut. Los, nix. Die letzte Kugel. Oh, fuck. Der aehmt direkt ab. Links in der Ecke bei dir muss er sein. Sind beide da drin? Ist markiert. Ne, ist nur einer. Ach ne, die sind nur zwei. Beide. Einer ist links, einer ist rechts. Oh Gott, das packst du. Drei Flashbacks. Drei. Genau. Nice. Sehr schön. Der andere ist rechts. Flash rein. Da ist ein Jäger-Device. Drei Sekunden übrig. Oh mein Gott. Nice try, man. Nice try. Hedda. Schön. Nice try. Echt. Schön gespielt. Oh Mann ey. Aber ich hab ihn noch genau auf den Kopf geballert, alter. Ne, er hat zu spät gespielt. Aber guck mal seinen Ping an. Wie hieß der? Alle. Die haben alle so einen Mega-Picken, alter. Wo kommen die denn schon wieder her? Afrika. Nein, ohne Witz. Ich hab die Afrikaner gespielt. Die haben zu mir gesagt, wir haben keine Server. Wir müssen irgendwo spielen. Ja, aber... Loll. Ist auch grad... Eigentlich traurig, sagst du mal lach. Warum dürfen die denn nicht spielen? Ne? Die haben keine Server. Ja, genau. Da gibt's kein Data-Zentrum. Also spielen sie EU. Ja, aber das macht doch gar keinen Spaß, oder? Oh Mann ey. Wenn du mit so einen hohen Ping spielst. Soweit du bist für einen Vorteil, ne? Ja. Du hast sofort einen Nachteil. Das Ding ist, du bist für die schneller. Aber die ziehen halt nach. Ja. Ja. Aber ist das nicht so wie bei VOBG? Wenn du auf den Asia-Server nicht gehst? Ja. Darf man ja auch so ein bisschen Vorteil, oder nicht? Ja. Also das... Das Ding ist, die könnten halt noch irgendwo hinschießen und treffen halt irgendwie deine Hitbox, obwohl du schon längst um ne Ecke bist. Ja, ja. Ja. So, aber du hast den Vorteil. Du hast halt eine viel höhere Kickgeschwindigkeit ihm gegenüber. Du sollst einfach um die Geisel diese Fallen da platzieren. Ja, mach mal. Ähm, ich baue noch ein Jäger-Device hin. Ich brauche mal... Äh, hier, Gigant. Dich brauche ich gleich mal. Ganz schnell noch. Ganz wichtig. Oh mein Gott. Ich hab die Geisel gehüttet. Ja, ich hab den Smoke wieder am Start, ne? Hast du gut gemacht? Hast du die jetzt verkippt jetzt, Alter? Ja, irgendwie... Echt jetzt? Ey, das geht ohnehin. Alter, wenn die jetzt umkippt... Komm mit, komm mit jetzt. Gigant, hier ran. Ich brauche dich. Komm. Bewegung. Ran hier. Und denk dran, wo nicht glatt. Du kannst rennen. Komm ran. Hier aufmachen. Wie geht die Steuer rum? Hier ein Loch. Kontaktgranate. Hier ein Loch. Kontaktgranate. Hier. Andere Seite. Geh rum. Oh Gott. Danke. Oben Curry. Hier kommt Luke 100%. Ich hör nichts. Der Pole ist im Raum. Kille. Alter, das ist echt ruhig, ne? Ich hab vor allem hier oben Steps gehört. Okay. Okay. Wir haben den Polen im Raum. Das ist gut. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Die Drohne. Drohne kam hier raus. Aufpassen, Curry. Ach du Scheiße. Wo? Hier, hier kam Drohne. Okay, das... Ich war noch so schön bald weg von mir. Vorsicht, Gigant. Dort. Mhm. Schwarz nur gesagt habe, ne? Alles gut. Gut. Ja, die, ich meine hier ist irgendwo einer bei mir. Bei uns hier. Wo? Hier. Der ist da schon, ja. Ohhhh, Bug im Hallway zu Aqua. Hat mich voll abgeamt. Musst halt voll durch. Ja, aber der ist auch. Ich kann da jetzt nicht durch. Der ist jetzt bei euch. Kommt zur Tür. Wuuu. Super, super. Okay, ruhig. Curry, zieh dich mal zurück. Ja. Soll, komm mal in den Raum bitte. Genau da ist Bug gewesen. Und da habt ihr den. Da ist er. Da ist er. Oh, nicht biegen, nicht biegen. Lass ihn mal. Ich save andere Seite. Ich save mal hier. Bug ist hier drin, Curry. Ihr habt zwei ADS's. Also er kann da jetzt nicht rein. 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 Crippeln. Okay, da hat er eins. Gut. Granate müsste aber noch gepresst werden. Wird er gut. Wird er gut in die Granate reinschmeißen. Oder das ist die Geisel. Schönes Ding. Der Pole hat's engaged. Hat's engaged. Hast du noch ne... Noch ne... Oh, hier bei mir sind durchgekommen. Ash, durchgesprengt. Breachen. Ne, jetzt wird's echt eklig. Nur noch fünf, zehn Sekunden. Schön. Schön. Zehn. Ash ist drin. Habe ich, Ash habe ich. Nice. Ich bin die ganze Zeit drauf bei dir. Ich bin echt stolz. Ich hab Pipi in den Augen. Junge, Alter. Echt. Einfach nur. Es hat was gebracht. Soundcheck. Yo, H4. Ich grüße dich. Danke für die 5 Euro Donation. Wahnsinn. Oh nein, jetzt wird wieder jemand gekillt. Nein, 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 Verdi ey. Es war nur Soundcheck. Okay. Verdi, was ist denn los mit dir in der Runde? Guck mal, du bist letzter und Gigant mit null Kills ist auf Platz zwei. Ja, ich merk das. Ja, ich merk das. Verdi, jetzt komm mal wieder zu deinem alten Sternenzeug, Junge. Ja, ich mach jetzt mal. Du bist der heilige Mentor, Verdi. Du musst uns jetzt wieder anführen. Ja, deswegen hab ich ja gerade, deswegen hab ich, ich lass euch mal gerade, also ich bin gerade froh, dass Dennis gerade, weißt du, so dieses, das ist einfach ein Glücksgefühl. Wahnsinn. Freut mich, Verdi ey, das freut mich. Hab den Thatcher mal mitgenommen, ne? Hast den Thatcher mitgenommen? Thatcher, hör mal, jetzt wird mal angeklopft. Das wird getatschelt, hör mal. Tatsche. Hier wird scheiß auf. Django Gold sagt gerade, nimmt C4 für Dennis. Ey. Oh, Fertickel schreibt. Oh, nice. Ey, warum denn immer ich, Mensch? Ja, wieso, mich will man mit ner Bob hochjagen. Dann lieber gleichzeitig, ey. Das ist der Verdi vom Server. Nein, es gibt ja nur einer. Oh, Ball ist schon nice, Alter. Ball ist schon schick jetzt eigentlich, ne? Können wir gut hin. Zehn Sekunden bis eins. Aber passt auf, nicht Granaten werfen, Gigant, ne? Hm. Fünf Sekunden sind immer einsatz. Oh, Mann, ey. Nee, 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 nee. Boah, geile Kackala. Okay, Leute, auf geht's. Ich hab halt noch nicht mal Granaten, ne? Hä? Ich hab halt noch nicht mal Granaten. Das war eben, wie gesagt, der Feind. Boah, ich kenn den Gigant gar nicht. Was? Udoi. Alter, ihr Pisser. Dein Fenster war gerade gepiekt. Verdi, pass auf. Ja, ja, hier schießen sie schon. Feuerschutz, lade nach! Lade neues Magazin! Ist das? Oh, lol. Ey, Alter, Wahnsinn. Ähm, Sunrise. Jäger. Hier ist leer. Nice! Hast du gerade aufgemacht? Ja. Hier ist leer, hier ist leer. Warte, ich mach hier auf. Mach auf. Ne? Ich mach ein bisschen Action durch die Luftschacht. Oh, lol. Was war das denn für ein Kill? Hast du das gesehen? Valkyrie auf den Stärs. Direkt auf den Stärs. Kehr. Kehr. Bin bei der, bin bei der Geisel drin eigentlich. Ich hab die MD durch die Tür ab. Warte. Ich hab sie. Geisel übernommen. Vorwärts. Hinter dir, hinter, hinter dem Boden. Sehr schön. Oh, lol. Dann hol die Gaukel. Ah, fuck. Blitz, äh, Toilette. Ganz wenig. Nice. Spendet man nicht, ja. Ich sag mal, all zwei Sachen. Alter, ich hab so einen krassen Kill gemacht, ne? Geil, ey. Da war die Tür und ich wollte einfach nur die Tür aufschießen und einer lag auf dem Boden, direkt vor der Tür. Ja, ist geil, Mann, ey. Ey, Jungs, ey, läuft. Immer schön, wenn man direkt doppelt durchlöchert, ey. Ja, sieh, ja. Ne? Ich soll den Dennis grüßen und er sagt, Patrick ist an einem schuld. Von wem denn? Äh, vom Harpy The Real auf Loot. Ja. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Schöne Grüße. Was hat der Patrick gemacht? Der, der, der ist an einem schuld, sagt er. Warum? Weiß nicht. Ja, weil er wegen dem, wegen dem Teamkill. Ach so. Ach so. Äh, warte mal. Aber die Gang kommt ja gar nicht zum, äh, der, der, der Werdi kommt ja gar nicht zum Teamkill. Der ist immer direkt der Erste, der drauf geht. Nee, ich bin grad, ich hab, ich glaub ich schaff's gerade hier. Freunde, komm, wir nehmen ab in der Hause 2-1 hier. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Easy. Aber, denk dran, ich will nur noch mal kurz an die andere, äh, an die vorherige Runde erinnern, ne? Klar. Nochmal kurz eben anpieken da. Aber, der Werdi, der Lunge jetzt schon hier rum, ey. Pass auf, Gericht. Ja, der wartet schon, Alter, der will gleich, der will gleich. Der ist schon so ruhig gerade, ey. Da macht mir Angst. Gegner Drohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff hoch. Verdi, Verdi, oh. Verdi, ich weiss dir deine Granate am Kopf. Geh lieber weg, ey. Hau bloß ab, du, ey. Sonst hau ich gleich auch mal die Teamkill-Donation raus, ey. Geh weg, ey, du. Töte Verdi, so weißt du. Es bleiben 10 Sekunden. Und. What's up? Es bleiben 5 Sekunden. Real MC sagt, das Schlimme ist bei Verdi, du weißt nie, wann es passiert. Ja eben, der ist plötzlich einfach da, ey. Oh, jetzt kommt's, der kommt. Oh nein. Der Bart so von langsam hinten an deinem Kopf vorbei, sowas. So. Ja, Shane. Machen wir das hier. Von da? Ist der Richtung? Also, Süden? Störsender einsatzbereit. Störsender bereit. Oh, jawoll. Jo. Oh, ja. Blitz. Habt ihr ne Info? Äh, hier beim Fenster. Schild, Blitz. Aber mindestens zwei. Hier ist auf. Drohne hoch. Hab sie ihn. Jetzt ist geflasht draußen. Welche Magazine? Hier. Fahr mal rechts, Gigant. Fahr mal rechts in den Raum. Ich will mal gucken, ob da jemand an der Tür, der abaimt. Rechts in den Raum. Ne, andere ist rechts. So. Hier. Ey, das ist nicht wahr. Ja, da ist einer. Ich weh die nicht mal. Krass. Ich komm jetzt onside. Das reicht mir hier. Bin echt zu durch. Ja, Blitz. Blitz kommt rein. Nice. Also uncool. Dach. Loll, am Fenster. Fuck you. Um Dach, ja. Oh, leck mich doch, ey. Oh, Mann. Fenster, pass auf, Dennis. Rechts, rechts, rechts. Blitz. Loll, ich war doch schon um die Ecke, Alter. Oh, Leute. Ja, das ist das Ding. Geh ganz ruhig, Gigant. Alles gut. Nice. Geh runter, Gigant. Spiel doch noch Zeit. Geh doch runter. Oh, tschau. Oh, Leute. Chill, Gigant. Chill. Ich brauche mich nicht nachzuladen mit meiner Sekunden. Der Waffe. Ah, schade. Schade, schade. Verstehe ich. Schade. Egal. Jetzt mach ich auch mal ein paar Gäste, ja? So, wieder 2-2, Mann. Ja, Verdi. Wär geil, ey. Wär geil. Ich geb mir Mühe. Alles gut, Mann. Alles gut. Was ich esse, sind Lebkuchenherzen. Die sind fast alle. Boah, bei Verdi schon Weihnachten, ey. Na klar. Ey, ist das so lecker. Ja, ich hab mir jetzt schon Marzipan-Gartoffen geholt. Die sind so lecker, Mann. Magst du Marzipan? Nee. Oh, krass. Leute, ihr verpasst in eurem Leben. Marzipan ist so geil, Junge. Du beißt da rein und denkst dir, der Himmelfort hat sich geöffnet. Boah. Schön. Hä? 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 Wenn er so lacht, ey, da kann nichts Gutes heißen, ey. Ich glaube, der soll ein Gigant-Team-Kill machen. Dann werde ich mal einen Anker. Oh ja, das finde ich gut, ey. Hä? Hitler! Was? Nee, nix geht klar. Hör auf, was du sagen, Mann. Achso, ich hab Hitler verstanden. Nee, ich hab gesagt, geht klar. Nee, 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 nee. Geiselgesicht. Denk dran, Verdi entsteht 2-2, ne? Entschließt 2-2. Kitchen, 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 Kitchen. Entschließt 2-2, Verdi, wenn du jetzt hier was machst, was du jetzt da, ne, dann finde ich nicht gut. Hö, ich glaube, da kannst du vergessen, der Zug ist schon da. Nee, der Zug soll mal wieder ganz schön zurückfahren, ne? Deadshot, ich hab's gesehen. Noch 10 Sekunden. Kann da drauf gerade nicht eingehen. Warum? 5 Sekunden. Erzähl uns von deinem Dirtyplan, Verdi, hä? Warte, nein. Geisel ist nicht gut. Grüß der Verdi, lass den mal vorgehen ey. Hast du echt Angst, ja? Ja, ja. Der Verdi ist hier vor mir, ja. Der Mario 360 Nosego betötet uns alle. Okay, links hier Badezimmer, da könnten viele sein, ne? Also da ist das Boot grad schön gepusht. Warte Curry, warte. Okay, geradeaus Curry, hier. Der ist links, der ist links. Sunrise kurz stehen. Sunrise kurz stehen. Sunrise kurz stehen. Sunrise kurz stehen. Oh, der aimed ab. Achtung, Explosion! Ich bin down, ich bin down, der pusht mich jetzt, der pusht mich jetzt. Oh, hinter mir, Gigant, hinter mir, hinter mir. Ich bin down, der kommt mich gleich holen, Kapkan, ne? Ah, ich bin tot, ruhig. Das! Oh mein Gott. Der Typ! Krieg ich hier gleich echt ein zu viel. Ist hier irgendwo. Boah, dieser... Mit der Polo den Curry wieder? Jo. Thanks. Hey. Er aimed halt die ganze Zeit ab da, Alter. Nice. Nice, Gigant, nice. Feind draußen, Gigant. Oh, Gigant! Mein Gott. Hol den dir, hol den dir, Alter. Komm. Ja, ich will den pushen. Ja, du musst... Nicht so viel steppen, nicht so viel steppen. Ihr hört das auch. Jetzt! Nice, Gigant, nice. Super. Eine Minute noch. Das ist auch einer, glaube ich. Das ist der Kapkan, oder? Ja, ja. The fuck. Ja, das ist der Bandit. Von wo? Kett. Genau. Oh nein, schade, Mann. Okay. Ruhig, Harry. Ruhig, 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 ruhig. 20 Sekunden. Fuck, Mann. Ah, der ist Kitchen. Wo ist der Hallway? Nice. Bandit down, bandit down. Kapkan und... ...lieg schon onside. 15 Sekunden übrig. Fuck. Wir müssen jetzt pushen. 10 Sekunden übrig. Fünf Sekunden übrig. Fuck dir die Geisel, ey. Oh, nice! Ah, nein! Shit, Alter. Oh, man, ey. Oh, man, ey. So, und jetzt, was... Mann, Mann, ey. Jetzt hör mal die nächste Runde. 2 zu 3 wieder, Alter. Ey, das ist ja... Wie in der Folge davor, Alter. Was ist hier los, ey? Da ist ein Krimi! Ein purer Krimi! Ey, ich muss aber auch erst mal ein Kill machen. Gerade echt ein bisschen... Komm, Verdi, komm. Setz dich nicht unter Druck. Einfach spielen, Mann. Komm, wir spielen jetzt einfach. Wir spielen jetzt einfach. Komm. Wir schaffen das, Leute. Wir kriegen das hin, Männer. Ich muss sagen, ich vermisse ein bisschen auch die Yacht manchmal so, ne? Ja, nee. Oder das Haus, ey. Das Haus. Ey, Haus war schick, ja. Haus war echt cool. Warum haben die das eigentlich rausgenommen? Haben die doch irgendwas dazu geschehen? Du, Klein. Achso. Ja, die Map kannst du nicht im Ranked spielen. Das war wirklich klein, ey. Aber Haus ist echt ne coole Map. Die spiel ich auch echt gerne. War echt coole Map, ja. Patrick, danke dir. Schnapp gut. Ciao. Ja, ciao. So. Sind wir da mit der Kitchen. Der Kapkan, der hab mich so aufgeregt die ganze Zeit, ey. Haben wir gar nicht gemerkt. Ja. Curry, jetzt kommen. Ihr könntet doch. Hab ne Drohne. Mal fertig. Gibt's auch so Rainbow-Nachlisterkurse? Ähm. So wie ich grade spiele, bräuch ich hier. Wieso? Wolltest du mich anmelden? Ja. Müsst du ein bisschen... Also, ich sollte mich anmelden. Ja, äh. Also, ich klär immer auf meinen Streams relativ viel. Fünf Sekunden. Und dann kann ich immer nur das Krass empfehlen. Also, da wo wir... Wenn, wenn Pro League ist. Guckt ihr Pro League an. Das ist halt echt krass geil. Sicher. Also, was die spielen ist halt echt Sahne. Ich weiß nicht, ob... Habt ihr euch das mal anguckt? Dennis, Kevin? Ich hab das einmal glaub ich angeguckt. Nee, ich hab's jetzt noch nicht geschafft. Nee, müsst ihr mal euch angucken. Weil die Typen, die sind halt echt... Äh. Die geben... Die geben Gas. Ah, das ist ein ganz anderes Niveau als wir hier spielen. Das ist... Ich kenn ja jeden Spot wahrscheinlich aus. Machen wir bei mir auf, ne? Im Nebenraum. Blitz. Jo, unten rein. In, äh... Sunrise. Ah, ich wurde entdeckt. Fuck. Hast du mal ping'n? Ja, warte. Ich hab die Tür. Ich hab die Tür. Blitz. Down. Ab ihn. Nice, Curry. Äh... Kitchen Fenster. Ja, ich hab'n Kill. Entschuldigung. Oh, Curry. Oh! Äh... Curry, da wo du den getötet hast, ist noch einer. Ich mag... Da ist Ash. Kitchen Fenster wird gepusht. Das ist auf jeden Fall... 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 Das ist eine Bewegung. Kommt, Jungs. Die Pusken, glaub ich. Wo? Hier durch. Und Fenster. Rechts, Curry. Rechts, 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 Curry. Wo? Wo? Ich glaub' Kitchen Fenster. Wo? Nice. Werdi ist wieder da, Leute. Werdi ist wieder da. On Fire, der Junge. Geht doch. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Äh? Äh? Lol. Geile Tarnung, Mann. Ich mach' jetzt mal nix. Vielleicht bringt das was. Das ist ja echt grade. Alter. Oha. Okay, Jungs, komm. 3-3. Es geht wieder los. Der Verlängerungszug ist da. Vorne, Pole, nach vorne. Wollen wir nehmen? VIP-Lounge, oder was? Oder wollt ihr halt Kino nehmen? Prrrrrrrr. Vip, 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 vip. Kino fand ich eigentlich ganz... Ja, ne, VIP ist gut. VIP hat gut funktioniert. VIP hat gut funktioniert? Dann hat VIP gut funktioniert. Auf geht's. Okay, wenn VIP gut funktioniert, dann VIP auch nächstes Mal gut funktioniert. Ich meine, es funktioniert alles gut, wenn VIP gespielt wird, Mann. So, mach' so. So, machen wir das. So, machen wir das, meine Damen und Herren. Ja, boi. Ja, sicherlich. So, meine Damen und Herren. So machen wir das. Wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Folge von So geht das und so geht es nicht. Mit Ver.di in der Hauptrolle. Special Guests sind der Curry. Ja, moin. Hey, hey. Ja, ey, sehr. Ja. Und das Maskottchen Gigant. Sorry. Übert die Ansage und dann... Voll traurig. Eigentlich, das lustige ist, Verdi, der Gigant ist eigentlich nie so ruhig wie hier. Weißt du? Echt? Ja, sonst hat der immer eine große Klappe, der Junge, ne? Aber heute hängen die Eier an schon auf Halbmast, ey. Die hängen doch immer auf Halbmast, ey. Nur heute noch tiefer. Krank, oder? Also du hörst dich echt verschnupft an, Gigant. Was? Was? Ja. Oh, da... Ich hör schon seine Aktion. Die pushen wahrscheinlich wieder hier am Fenster. Wo? Okay. Wipi. Hier schon auf. Weißt du das, Ver.di? Wo? Hier. Äh, nö. Ich könnte das gerade hoch erschießen. Oh ja, Fenster. Fenster gepusht. Ist offen. Pass auf Dennis. Hm. Blacky hier. Kamera. Blacky down. An der Wand am Fenster bei mir hängen welche. Hast du mal Pink Curry? Ja, hab ich. Hier das Fenster. Warte mal. Werdig. Ah, äh, Dings. Äh, Blackbeard bei mir. Ist da was? Kommt rein, rechts, rechts, rechts von dir. Nein! Oh nein, ist das dumm, Alter. Wir müssen in den Raum. Raum ist leer. Blackbeard und am Fenster war Castle. Ne, äh, Dings. Hängen die immer noch am Fenster? Termite am Fenster. Blackbeard rechts. Pass auf. Nice! Nice, 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 nice. Oh, wie vor sich der denn? Rein mit dir, rein mit dir, Alter. Magazinwechsel! Hast du einen geholt, ne? Ja, ja. Gigant, keine Chance. Lass. Oh. Oh mein Gott, verbleibt. Werde, jetzt. Jawoll! Jawoll, und rechts müsste es sein, rechts. Ja, 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 ja. Es ist drin. Nein! Was? Was? Boah, nice. Alter, was? Ey, das war der übelste Plot Twist. Wir waren alle so sicher, dass er es packt. Boah, was? Ich dachte das auch gerade. Ich glaube, der hat angetäuscht. 100% hat der angetäuscht. Ne, der hat das Barbed Wire halt weggemacht, damit er durch kann. Aber dann, ich glaube, der hat mich gehört. Ja, das kann ja nicht anders, Alter. Fuck, aber nice. Noch nichts gegessen hier. Komm, ab geht's. Kein Problem, kein Problem. Das war jetzt so der übelste Plot Twist, weil wir alle davon ausgegangen sind. Du holst den, weißt du? Ich dachte auch eigentlich, dass ich den hole, aber ich hätte... Was man hier jetzt hätte machen können, wäre ein Schulterpeak. Also quasi einmal kurz rein, ihn anfacken, dass er schießt, um dann nachzuziehen. Ja. Aber dann hätte Blackbeard halt mitgezogen. Ja, der hat halt, ich glaube, der hat mit abgeaimt. Ja. Ne, ich hätte, weißt du, ich habe den Blackbeard eigentlich relativ gut getroffen. Ich hatte Impact. Ja, ich dachte, der wäre schon down, ey. Ne, ne. Achso. Lol. Ne, ne. Ich habe den nur, ich dachte nur, ich nutze den Druck aus, den ich ihm gegeben habe, um rüber zu rennen, weil er hat doch geschossen, falls ihr es gehört habt. Ja, ja, genau. Ne, das habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, ja. Boah. Hey, Junge, ist noch nichts gegessen, Mann. Ne, alles gut. Äh, warte mal. Unten auf jeden Fall. Küche, oder was? Ne, Küche nicht. Ne, nicht Küche, alles gut. Aber ne, ne, von der Küche ist ein Jammer, ich weiß aber nicht wo. Ja, ich glaube, das muss oben sein. Und dann sind die über Küche. Äh, das ist oben. Ich glaube, VIP. Yo, Theater, Theater. Ja, VIP. Theater, Theater. Ja, genau, Theater, genau. Hast recht. Theater, VIP, äh, äh. Okay, Mann, komm, das können wir doch. Nein, meine Twitch-Drohne ist... Draug, gehen. Leute, auf geht's jetzt, komm. Auf geht's hier. Let's go! Wir werden nicht piken lassen, Leute, ne? Gigant, pass auf, ne? Pass auf, Gigant. Los, wir werden piken lassen, von den Dreckskellen da. Was macht die Granaten auf? Die Runde ist wirklich wichtig jetzt. No Pressure. Lobby, ich drohne jetzt erstmal Lobby, Lobby ist soweit sauber. Los. Cam down. Warte, Curry, warte, Curry. Ich geh rein. Warte, ich komm mit, ich rein. Check mal, check mal Curry. Hallo. Hat der Gigant? Sieht sicher aus. Ne, scheiße. Ich geh nur meine, andere Drohne, ne? Ne, ich guck grad, ob hier... Ne, die haben... Ich hab meine Drohne verloren. Warte kurz, ich, äh... Aber ich schieß doch an hier. Okay, ich auch mal. Äh, äh, Gigant, du schießt da sehr, sehr um. Ne, hier ist keiner. Da, wo du markiert hast, ist keiner. Da hab ich markiert. Da hab ich markiert. Okay, ich schieß gerade aus. Auf. Die sind auch keine Schritte. Feuerschutz! Ich lade nach! 1,40. Oh, hier sind die Schritte. Sehr viel Action im Raum. Das ist ja auch. Nice. No, ich hab ihn gehittert. Ah, fuck, Alter, das kann doch nicht sein. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? In dem Raum da, gut. Ah, fuck, ne, ich bin gegut. Das hat keinen Sinn. Pause, Freddy. Jo, alles gut. Seh nicht. Ah, der ist hinterm DJ-Pult. Verdammt. Ach, der beim TV, beim TV, beim Fernseher. Red, rüber. Also. Einer steht quasi links in der Ecke, wenn du reinkommst. Ah, seh. Ich seh. Ich seh, ich seh. Einer, ja, ja, ja. Und der andere in diesem roten Raum, wo die Ash-Fold war. Alles gechennt. Du kommst in diesen fucking Raum nicht rein. Nice. So, es fehlt immer noch der Bandit. Der war in diesem roten Raum von eben. Schade. Ah, fuck, man. Leck mich doch am Sack, ey. Der hat keine Ammo mehr. Oh, Mann, ey. Sehr schön. Sehr schön. Kommt. 27 Sekunden. Wir müssen. Da ist Smoke. Oh, mein Gott. In the corner, in the door. You have to go, man. Oh, Gott. Das war's. Oh, schade. Schade. Man wär so gut gespielt. Schade, GG. Oh, Mann. So, jetzt eins noch und dann gewinnen wir das. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Ne, ist durch. Ready. Ja, ja. Ich mein, jetzt noch ein Match und dann... Ja, Leute. Auch an der Niederlage. Muss mal her. Aber wir haben gut gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren gute Gegner. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Ciao, ne? Oh, 17 Uhr. Ciao, ne? Ey, jetzt geht's mit einem Set. Hast du einen ganzen Ort? Ich CurrentlyDireIT. Mach9ου. Alt, 21. Ei neighborhoods. Hi, jetzt mal trabalh bei mir avec ellen und Herrn Kein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017